Bei der Frage, wie Sie Menschen begegnen können, ohne dass Sie alle Ihre Bedürfnisse gedeckt haben, ohne dass Sie all Ihre Probleme gelöst haben, lohnt es sich, etwas zu bedenken. Wenn man Menschen begegnet, dann kann man das vom Herzen kommend her. Das heißt, sie wirken unsicher, sie wirken unschlüssig, sie wirken zwar sicher, dass sie gut sind, so wie sie sind, aber es wirkt so, als hätten sie nicht alles durchdacht. Der zweite Weg wäre, sie überlegen sehr genau, was sagen sie und sie lernen gewisse Sätze auswendig, sie gewöhnen sich eine Körperhaltung an, dann wirken sie zwar sicherer, aber sie wirken nicht mehr so natürlich. Aus meiner Perspektive her, ist es näher, ist es menschlicher oder kann man ihnen näher kommen, wenn sie das, was sie tun und das, was sie sagen, wenn das vom Herzen her kommt.